liebe grüße vom csd jena wir wollen jugendliche an unserem csd am 30 juli dazu empowern ihre farben zu zeigen vor allem ihr queere jugendliche aufgepasst ihr seid die zukunft und ihr habt das recht gesehen gehört und ernst genommen zu werden wir gehen für euch und alle anderen queeren menschen auf die straße wir zeigen der welt dass wir existieren uns nicht kleinreden lassen bleib bunt wir sehen uns auf den csd dieses jahr